Musik Hallöchen Popöchen, meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine neue Folge 2 Blumenwulfs mit Mario Schröber. Guten Tag, na? Hallöchen, na? Hi! Alter Freund, hast mich hier so ein bisschen... Wohauf hier! Was denn? Mario, wie geht's hier? Nimm mal das hier, nimm mal das hier. Ich nehm mal. Ich nehm mal was auch Lädt an. Also irgendwie hab ich das Gefühl, da draußen ist irgendwas los. Ja, da hast du kein Parm, ne? Ja, Greg auch. Ey, sag mal, willst du das noch 2-3 Mal skillen? Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen bessere. Ja, gut, lass uns das doch hier nach und nach skillen. Wieso, hast du noch mehr? Ja, so viel hab ich davon nicht und das Zeug ist auch nicht gerade billig. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Äh, siehe. Ist nicht so billig. Hier draußen ist irgendwas los, ne? Hör mal Ruhe. Ja, ein kleine Törtchen hier. Ich verbrenne die Schuhe. Könnt ihr dich dazu überreden, mir 7x2 Munition zu machen? Kannst du mich selbstverständlich dazu überreden? Aus den Casings, die wir noch da haben, weil mit denen können wir aktuell ja eh nicht so viel anfangen. Ja gut, das werden wir zwischendurch machen. Ja. Wir haben vor. Was haben wir vor, Mario? Wir werden uns nicht mehr verstecken. Wir werden bauen. Wir werden uns hier richtig absichern. Die Schweine wissen, wo wir sind, also werden wir uns einfach mal sicher hinstellen. Oh, guck mal hier, Shotgun Munition. Without any chances. Äh, Bullet Tips, mein Freund, brauche ich. Bullet Tips. Ja, machst du im, bist du im Ofen. Ja. Kann, kann ich. Können wir mit nem Anvil. Mit nem Anvil, weil die Bullet Tips, die Bullet Casings sind das Problem. Dazu brauchen wir den Kaliber. Ach, wir haben ja, wir haben noch, wieso ist denn hier ein Kaliber drin? What? Hier ist ein Kaliber. Wieso ist da ein Kaliber drin? Oh, da bin ich doof. Ne, ich bin doof. Ja, du bist. Da steht ein 1. Ne, da steht kein 1. Gut, äh, Bullet Tip. Bullet Tip muss ich lernen. Warte mal, muss ich kurz skillen. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch eine Quest offen. Äh, Datamik. Kannst du ja dann, ja dann auch mal machen. Wieso Bullet Tip? Geht doch, was, what the fuck hier. Achso, da ist kein Lied drin. Wenn du kein Lied singen kannst. Ja, gut, das stimmt. Das hast du ja alles da wegkathetscht, ne? Ach, ne klar, das habe ich ja hier völlig. Ja gut, dann hilft es nicht. Ich muss nochmal in die, ich muss nochmal in die Mine. Ich habe allerdings, äh, was schönes für dich. Ja. Ich habe noch ein paar Pfeile. Das ist gut. Ja, bin ich auf jeden Fall ein Freund von. Und zwar 204. Ja gut. Iron. Hast du dir gerade wehtan? Ne. Ne, ich kaufe ihn hier gerade nur. Sobrei. Hier. Iron Pfeile. Ja. Willst du mich verarschen? Das würde mich jetzt interessieren. Pass auf, folgende Idee. Du wirst hier rübersprungen, hast geblutet. Das ist mir nämlich letztens passiert. Unwahrscheinlich. Ne, das ist gar nicht so wahrscheinlich. Äh, gar nicht. Das ist gar nicht so wahrscheinlich. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, das sogar hilft wahrscheinlich. Ja gut, ich kaufe sowieso nur 80 Wellen. Aber das ist ja alles kein Problem. Echt jetzt, ja? Ja, ja, ich bin 80 Wellen. Oh, ich bin 101 Wellen ist man. Aber tiefer fallen kann ich auch nicht mehr. Wir haben, beim letzten Mal haben wir noch ganz kurz hier das, das Feld hinten schnell nochmal abgeerntet, so Info. Ich werde, äh, apropos abgeerntet, ich werde die, die Bäume mal abernten, weil das sieht jetzt schon mittlerweile ziemlich komisch aus, wenn hier die Bäume so komisch stehen. Ja, mach das mal. So, du willst, äh, Stil, oh, 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 da ist ein Huhn. Ich will, äh, Stil skillen, ja. Bleibt stehen. Ähm, dementsprechend werde ich gleich erstmal mit meiner Wrench und dem Holz, was ich jetzt gerade schon dabei habe, einfach mal alles hier drin nochmal aufwerten. Hehehe. Bär. Ein Huhn geschlachtet. Ja, gut. So, lobe ich mir das. Gib mir Fähne an. Gib mir Fähne. So, und nachdem ich das aufgemeldet habe. Wir könnten uns an sich doch noch ein bisschen um Essen kümmern, oder? Ich weiß nicht. Ich habe ja noch einen Elch gerade zu stehen. Könntest du tun. Ähm, dum, 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 dum. Clay wäre jetzt auch nicht so das verkehrteste. Okay. Ich hole es mir mal eine Shovel. Ich hole es mir mal eine Shovel. Ups. Also, wir werden uns hier nicht mehr verstecken. Ich habe keinen Bock. Die wird jetzt ausgebaut. Die wissen, wo wir sind. Die wird abgesichert. Und bloß. Ich sage nur, Fort Knox. Ja, Fort Knox. Das ist bei Klapp. Bei Klapp. Müsst du doch wissen. Das ist einfach nur Dirt. Warum ist es nicht Ticky Clay? Das ist einfach nur Dirty, was du denn so machst. Ich brauche Clay. Ja, wir brauchen Clay. Nicht ich. Wir. Oh. Für uns. Das war. Alter. Was denn? Ich habe mich gerade hier um mein Leben geprügelt mit dem hässlichen Zombie. Hast du Probleme? Also, wie hässlich du? Alter. Oh, nee. Ja, toll. Ich kann hier immer weiter weg. Das wird ja nun gar nichts mehr hier mit, 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 äh. Wo willst du hin? Was ist denn bei dir los da? Ich wollte Clay holen. Mach doch mal Sachen. Ich dachte, ich habe jetzt auch Clay holen. Ich habe mir eine Schaufel bei. Ich habe mich schnell noch hin. Nee, mach das. Okay. Kein Problem. Nur Schnürmerwerkzeug ist gutes Werkzeug. Ist so wie das? Och, leichte. Ich habe leichte Empfangsstörungen, du Mick. Ja, du. Das ist mir klar, dass du Empfangsstörungen bist. Mein Walkie-Talkie funktioniert nicht richtig. Du bleeding-out schon wieder. Ja. Siehste? Weil du rüberschwungen bist. Bist gerade rüberschwungen, ne? Ja. Ich soll sehen. Übel. Darfst du nicht? Die ritzen dir den, 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 den großen Zeh an und zack, den Anus. Zack, bist du kaputt. Hast du gerade Anus gesagt? Ich habe gerade Anus gesagt, ja. Ja, okay. Ich meine, dann wenigstens sagst du nicht Arschloch. Nee, das ist richtig. Die ritzen dir den Anus an und dann zack. Diarrhea. So, ich bin jetzt hier, wie gesagt, nur dass Standortinformationen breit getreten werden. Ich bin hier an der, am Feld. Am Feld, okay. Wie gesagt, hatte ich beim letzten Mal noch abgeerntet, alles nochmal nachgesät, bin ich der Meinung? Ja, bin ich auch gleich nochmal die. Siehst du mal gucken, was ich hier... Warte, konnte uns beiden eins du machen, der dich, glaube ich, auf diese über 100 gebracht hat. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und mich auf kurz vor 90. Oh, ist ein Bär. Ich habe dir das versprochen, ja. Ich habe dir das versprochen. Verspreche so viel. Oh Mann, ey, gleich nochmal. Wenn ich gleich schreie und sage, schieß, 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 da kommt ein Bär, dann wisst Bescheid, okay. Oh Mann. Manchmal hasse ich dich, halte ich erwähnt, dass ich dich manchmal hasse. Wieso denn? Ah, einfach nur so. Also, da hat er ein wenig zu öfter, was ich jetzt aber nicht verstehen kann und auch nicht gutheißen kann. Okay. Warte, dann, das finde ich rausch jetzt gerade. Ach, außen dickigt. Braucht ein ganzer Holz. Ich habe jetzt den neuesten... Nee, du. Ich bin jetzt bei Construction Tools 36, also dauert nicht mehr lange. Bin fertig. Kannst du sehen? Ach so, Punkt. Jetzt habe ich vergessen, soll ich sagen wollen. Aha. Ja, bring Holz mit. Genau. Ach so, ich habe 19 Woodlock Spikes, die würden nämlich dahinter so setzen. Und dann müssen wir uns tatsächlich irgendwie einen Übergang noch überlegen. Ja. Weil beim letzten Mal sind sie uns einfach... Die sind ja einfach durchgerannt. Ja gut, wir müssen natürlich nochmal direkt am Haus auch nochmal da was lang ziehen, ne? Ja. Also müssen wir uns gleich überlegen. Bauen wir vielleicht einen Inter-Ocean-Tournel? Ja. Asche auf meinen Tomaten. Bauen wir, ne? Bauen wir, bauen wir auf jeden Fall. Bauen wir uns jetzt gerade... Die Entscheidung ist gerade getroffen worden. Genau. Würde ich dann noch ganz einfach, ähm, dann quasi hier, wo wir jetzt quasi unsere, ähm... Äh, oh Gott, wie heißt das? Unsere Schleuse? Ja. Haben aktuell. Würde ich dann einfach dann dort nochmal nach unten graben. Dass wir von dort dann quasi reinkommen. Dass wenn wir hier Terror haben, dass wir zumindestens immer noch diese, diese kleine Schleuse haben, um uns noch ansatzweise zu verteidigen. Hat ja beim letzten Mal auch so wunderbar funktioniert. Ey, komm, die Schleuse war jetzt nicht verkehrt. War sie doch auch nicht. Ich sage doch. Ey, das ist schon wieder Sarkasmus bei dir. Die letzte, die finale Idee, diese komischen Dinger da hinzustellen. Da muss ich mich kurz selber feiern. Ich weiß, das ist nicht so... Ja, die war super, die Idee. Sonst nicht so meine Art. So. Fleisch haben wir so geredet. Mein, mein Holz ist alle. Oh, ich habe hier Clay. Und der Blut schon wieder. Doch, unglaublich. Jetzt hat der Bär schon wieder verjessen. Ah, da ist er hinten. Ich habe übrigens gehört, dass unter Clay meistens Ressourcen gefunden wurden. Das kann durchaus sein, ja. Meinetwegen. Das ist allerdings jetzt nur Sand. Dann finde noch mehr. Soll ich hier mal gucken, oder? Ich brauche auch bald wieder Holz. Also, ich bin noch nicht bei Level 40. Ich habe unser komplettes Holz für braucht. Wir hatten noch mehr Holz. Okay, interessant. Ja, wir hatten 1500. Ja, ich habe jetzt in der Tasche 3300. Das ist gut. Ich bin hier gerade verzweifelt auf der Suche nach Holz. Jetzt können wir uns auch gleich in der Nähe uns ein paar Bäume einpflanzen. Ja, eigentlich schadet das. Ja, hast recht. Ah, guck mal, hier ist schon... So, na toll. Oh, da ist noch ein Hirsch. Ah, das fängt gut. War ja schon... Ich laufe hier ständig in irgendwelche... Äh, Entschuldigung, dass ich einfach so ins Wort falle. Ich laufe hier ständig in irgendwelche Kakteen rennen. Und ich verliere dadurch permanent an Leben. Na gut, das war ja schon immer so. Aber nicht so schlimm wie jetzt. Wo ist jetzt bitte der Hirsch hin? Ach, schrie mal. Die leidendes Junge schreu. Kleidendes Junge ist er doch. Obwohl ich jetzt die Eisenklamotten anhabe, bin ich schon wieder überhitzt. Ähm, wir sollen uns auch den, ähm, anderen Tee craften, ne? Den Goldenrod, der wächst hier dummerweise nur nicht, ne? Das ist wohl wahr. Der Goldenrod, doch. Ne, Quatsch, der andere. Die Chrysanthemen, meinst du? Ja, der Redrod. 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 Immer noch besser als Hot Rod. Hot, ne. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. Blasphemie. Einzig wahren Autos. Neben Baselcars. Und Toyota Prius. Genau. Das war Blasphemie. Komm, mir geht's hier. Hallo Bär, wie geht's dir? Alles okay? Nee, mir geht's gut. Alles läuft. Zwischen uns ist alles cool. Das ist, äh... Hilfe. Ähm... Hast du Stress? Nee. Nee, Hike, wirklich nicht. Nur ein bisschen. Okay. Dann komme ich erst mal nach Hause. Ihr hebt hier das Zeug wieder ab. Holz-Mission erledigt. Ja. Kriegt man, dass ich noch ein bisschen Eisen zwischendurch hier aus den Steinen schlage. Wir müssen erst gehen. Also wir müssen hard-skillen, ne? Wir müssen hard-skillen, deswegen verwerte ich auch gerade mal hier ein bisschen Metall. Äh... Blöd. Ich kann hier nur reparieren. Ein bisschen reparieren. Ich kann alles nur noch reparieren. Alles okay bei dir? Ja. Hervt mich halt, dass ich kein Holz habe. Ja, komm mal noch. Sind da irgendwie noch mal eben 110 Fehlern gelootet. Hä? Mal eben. Ein geiler Typ. Ich bin halt schon... Ich bin schon der... Du bist der krasse Looter, ja. Auf jeden Fall. Ich bin... Looter McEvon. Doktor Durchsicht. Doktor Durchsicht? Doktor Vollspaß, woher manchmal? Nein, nur jetzt. Also jetzt. Ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Achso, das findest du wieder übertrieben? Bisschen. Okay. Oh, jeder wie er meint. Haben wir hier unten? Oh, ganz klatschend. Wo bist du? Mit unten? Bist unten, achso. Besuch mitgebracht? Nee. Kann grad so. Ähm, ja. Die müssen ja hier weg, ne? Bist du hier irgendwie durch, oder wie hast du das jetzt gemacht? Von außen rin? 2000. Kannst du bitte mal einen ordentlichen Satz reden? Ja, du bist nicht durch unsere Schleuse gekommen. Kann das sein. Nein. Bist du ja... Außen rum. Die müssen ja hier weg. Kannst du ja nicht bringen. Also zumindest die Typen müssen ja frei sein. Ja. Wer hat denn die Dinger hier hingestellt? Hm. Wiss ich auch gerne. Ja, aber wenn ich sie nicht hingestellt hätte, ja, dann wären wir alle tot. Construction Tools. Das ist wohl wahr. Da möchte ich auch überhaupt nichts zu sagen. Construction Tools Level 40. Ich gehe durch, ja. Stealsmithing. Passe durch. So, Steel läuft. Ich hab noch fünf über. Überlege ich mir dann gleich, was ich damit mache. Oh. Oh, da haben wir ja richtig gewütet hier, ne? Ja. Ich rabarier gerade mal. Oder soll ich gleich aufwerten? Ich brauche ja auch noch ein paar Punkte, aber ich könnte irgendwie zwischendurch scaleen. Ich hab noch 17 übrig. Achso, kannst du mir noch 762 Munition machen? Bitte? Das war doch die, die Frage war doch vorhin schon. Ja? Und dann kam noch die Blei-Antwort. Ach ja. Mach mal Platz, ich helfe dir kurz. Hast du Blei davon? Nee, natürlich nicht. Aber ich geh... Du solltest Platz machen, nicht einfach davor hocken. Soll ich mich denn hin Platz machen? Ja, das ist gut so. Hast du Clay mitgebracht? Bleib so. Ja, hi. Hast du Clay mitgebracht? Habe ich. Kannst du doch mit Steinen und Clay kannst du mal Cobblestone-Rocks ansetzen? Nee. Cobblestone-Rocks. Ein paar. Hier zum Reparieren. Das ist eine Idee. Also, wir brauchen noch eine Forge. Wir brauchen noch eine Forge. Richtig. Deswegen habe ich auch gerade noch mal Tierejagd. Bellow. Bellow brauche ich nur noch eine Short-Iron-Pipe für. Ähm, habe ich jetzt keine? Ja. Ich habe hier Animal-Hide. Willst du das noch haben? Ja. Licht. War weg. So. Bellow. Brauch Holz. Bitte. Reicht denn erstmal irgendwie? Ja, reicht erstmal. Cool. So, Forge. Forge, Forge. Und in der brennen wir jetzt dann auch dann fast nur noch Steine ein. Ja, ja. Steine hast du. Wir sind hier bei 4.400 Steine. Also. Clay. Äh, Clay. Hast du noch Clay? Und Steine? Clay. Clay ist hier auch jetzt fast bei 3.000. Die habe ich jetzt hier im Ring gelegt. Steine. Wattwürze haben Cobblestone-Rocks. Cobblestone-Rocks. Und zum Reparieren kannst du da. Ja, ja, ja. Kannst du dich da mal kanten. Da kannst du mal. Äh, kann ich nicht. Mach du mal Cobblestone-Rocks. Ich habe hier noch ein paar Steine an sich. Wollen wir mal eine Forge? Okay. Ja, will ich doch gerade machen. Fick du Forge. Du dich immer gleich so aufregen musst. Ich drehe mich doch nicht auf. Forge kommt. Also. Ich mache hier noch eine Chest hin. Rechts daneben. Ja, für? Erstmal offen. Äh, für Steine. Steine, Holz. Alle Forge-Materialien. Okay? Okay. Ist das eine Idee? Habe ich ja. Das ist eine super Idee von dir. Habe ich ja. Habe ich Polizei. Habe ich, habe ich Polizei. Nee, ich habe. Was? Mann, das war Böhmermann. So, ach so, hast du noch ein paar, äh, wie heißen die Dinger? Äh, Aaron hier? Fraggies? Ja, 500. Ah, läuft. Sind noch da. Sind noch da drin. Ja, genau. Wir sehen uns in der nächsten. Ach nee. Was? Nein, Mann, Spaß. Ist klar. Ist doch gut. Hast du jetzt im Cobblestone angestellt bei dir? Habe ich nicht. Musst du nicht. Okay, gut, dann mach ich das. Ach so, du meinst im, ach, nicht in der Forge. Nein, einfach nur so. Cobblestone rocks. Wie viel kann ich? 425, machen wir mal 200. Stehe. Gucken wir mal, was wir damit machen. Damit können wir nämlich unten noch ein bisschen reparieren. Und Cobblestone ist auf jeden Fall besser als, na klar, das wird schon eben. Kannst du mal rausgucken? Hast du eine Idee, was ich hier tue? Hä? Richtung, äh, Cobblestone-Karte. Ja, sehe ich. Ähm. Wie müssen sie denn erst mal kaputt schlagen, ne? Wer? Ja, ich glaube, ja, ja. Wie gesagt. What the fuck, Alter, warst du denn? Ja, mir ist warm schon wieder. Weißt du, wenn ich, warum mir warm ist? Bleib ruhig, du. Plus 15. Okay, dann muss ich das nicht machen. Shit. Ach, ich hab keine Chests mehr? Warum hab ich denn keine Chests? Gut, okay, dann werde ich erst mal auf. Dann, äh, bleib auf Eisen, ne? Ja, klar. So, zack, jetzt alles Holz. Kannst du mal Holz runterschmeißen? Chess, Armour, Leather. Shit. Gut, dann jeg jetzt noch mal in die... Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wir müssen ja jetzt hier gucken. 17 Uhr. Verdammte Scheiße. Ich geh noch mal rüber. Ja. Okay, ich hab's überlebt. In die Höhle. Ich kann noch kein Leder. Mann, das ist doch zum Katschen. Aber Leder ist doch auch ein Skill einfach nur, oder nicht? Ja, richtig, aber ich hab aktuell leider nur 5 Punkte. Deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. So, ich mach erst mal Stil, bevor du in die Höhle gehst. Da würde ich dann nämlich gerne mitkommen. Ja, dann mach mal, weil ich bin nämlich auf dem halben Weg schon. Mhm. Gut. War eine Information, die kann man jetzt einfach zu spät. Ich komm dann nach. Gucke auf die Uhr, mein Freund. Gucke auf die Uhr. Ich gucke auf die Uhr. Nee. Bist du sicher? Weil die ist ja weg, leider. Ja, eben. Das Problem. Deswegen krieg ich dir sagen, es ist nicht so... Es ist nicht so, äh, ne? Ich denke. So früh. Okay. Hier ist ja ein See. Siehst du, könntest du die leeren Gläser mitbringen? Ja, na klar, logisch. Ja, dann kannst du auch mal. Ja, danke. Echt nett von dir. Ja, so bin ich. Kein Problem. Stich gut. Hast du noch was essen, essen, trinken irgendwie hier? Essen, trinken, Heiserkeit. Nee, läuft. Kaffee mit. Kaffee mit zwei Stück. Du kannst mich mal, ne? Nö, ich glaube mit Bier. Welchen Film? Na, pfff. Ah. So viele Filme kennst du ja nicht, von daher. Blasphemy. Wiss ich jetzt echt nicht. Ich wüsste schon. Nee, Arschloch. So, weg dich. Wieso denn das denn? Jetzt davon. Wieso das denn? Einfach nur so. Einfach nur so. Einfach, weil du hier wieder unqualifizierte Kommentare von dir lässt. Deswegen. Ey, der... Sag mal. Der komplette Kompass ist ja weg. Ja. So ist ja die Laube. It's Berger. Und wieso ist er weg? Berger Hype. Stutz. Krieg er das mit, tatsächlich nicht. Kannst du ihn mir kurz darstellen? Warum fehlt der? Kann ich dir nicht. Nein. Wieso, der fehlt? Du bist... Was? Warum fehlt? Nein. Kann ich dir nicht. Wie spielt das denn jetzt? Es gab keine Zeitpeilung, ne? 18 Uhr. Das ist super. Mhm. Ist klar. 18 Uhr. Das ist doch super. Man, ne? Ja, echt? So. Weißt du, ihr Pickaxe? Dein brennt. Das brennt. Machen wir auf den Weg. Oh, der Portaifirm. Gib mir der Portaifirm. Komm schon. Komm schon. Nicht runterfallen. Oh Gott. Tadaaa. Ich hab... Ich hab... Es geht. Es geht. μοig hängt da vorne irgendwas in der Luft? Oh je. Vielleicht den verscholten Airdrop vom letzten Mal. Vielleicht sollen. Warum sägt ihr denn jetzt? Sinn. Alles nicht so viel Sinn hat. ist 20 24 in der pickaxe ist fertig du so von lieb dem bittin nicht die tat von wohnen aus welchem film wurde an die komische anzeige wieder weg oder war doch noch ein baum wirklich tun was ich werde ich mal jetzt die ganzer ding vom aller feinseln kommst du jetzt sagen ja ich bin auf dem weg heute nur sicher nicht dass ich jetzt nicht schwenken jetzt eigentlich irgendwie noch tools mit tools guten tools hängt doch noch der sie machen ganz kurz wie hier zum ich mir aus wie der airdrop also manchmal ist du meckerst bei mich wegen wenig der halb setze aber du bist ja nicht besser hängt da noch der ich mach mal noch der kotten der sieht auch anders aus ja das ist richtig dass die textur dass sie die textur macht jetzt nicht mehr so den kotten er macht nicht mehr so den kotten der kotten ich habe den airdropel von in der luft ak 47 receiver in 317 mcdivers book rocket launcher schematik ja biker antibiotika für seid kids und pillen erst mal nicht schlecht erst mal so nicht verkehrt die frage ist ja ist die ak gut wenn man das gilt also wenn man das gilt aber wenn man rifle spielt ich bin ja auf reife aktuell also ich setze ja aktuell alle meine skills in reife ein da war der in die kommen drin schreckt den hier weil die hier langsam schon den verstand jetzt hier eine 338 x anzubieten das ist ein stil das ist ein stil und ist ein stil ex das ist ein stil echte stil ex damit zubig mich hier durch den berg wie durch botter schön die macht hier drei schläge ist der steinhaufen weg ohne endlich es gibt einen gott und er heißt schröber tools stellen sie jetzt denn nur schröber tools sind gute tools bleiben wir jetzt die nacht hier oder wie ist jetzt dein plan ja gut jetzt sind wir ja schon mal hier wie spät ist es 19 15 ich komme hier nicht mehr raus hast du die die türen mal irgendwie abgedichtet nein noch nicht jetzt machen ja cool hier ist noch ein bisschen holz und fremsel am start ich geh auch um weit draußen okay mach jetzt mach jetzt gegen quatsch versuche ich nicht ich versuche gegen quatsch zu machen gut drei rein drei reihen frames das muss reichen ja ich hoffe das beste war was brauchen wir jetzt an sich über steine um das einzuschmelzen schmelzen hier hinstellen so weit alle daneben vielleicht unterwegs schon hätten einschmelzen können also hier scrap rüstung habe ich jetzt schon gelernt würde ich jetzt einfach noch mal lernen fragezeichen dann würde ich cool finden wenn ich gerne interesse äußern dürfte ja okay dann pack ich dir das hier vorne die eine munitionsprojekt also den rocket launcher ist ja mehr so deine ecke ich bin ruhig absolut ruhig ich hab dir kein wort kommt er jetzt hier durch die decke denn hast du nicht gehört ich kann auch irgendwann grummeln ja er kann das nicht einordnen wir waren grummeln auch von von oben das grummeln von oben von ganz oben könnt ihr übrigens hinter die folge schreiben wenn er lust hat ja das grummelt von oben ja manchmal so meine kreative ala hast du noch deine schaufel noch dabei selbstverständlich die ist aber fast kaputt ok könnte die sonst noch mal irgendwas herstellen interesse darin besteht besteht dann besteht immer ok dann könntest du ruhig wenn wir jetzt mit dem iron shovel ja also keine stil schaukeln wird wird jetzt ein bisschen übertrieben jetzt ja aber du könntest ruhig mit dem schaukeln oder so könntest du mit dem eisenzeug könntest ja noch mal ein bisschen skillen einfach mal zwischendurch mit dem eisenzeug ja ach so du meinst jetzt einfach nur so einen tutschen ja dann später bessere stahl tun muss okay die stil echte die richter verstand ich mache mir mein inventar folge können das sind durch die ganze zeit ganz power und kraft muss ich habe hier eine schaukel jetzt gerade fertig sind ja bei einem loch ja ich weiß es ist ja auch so ist es ist schon ein bisschen brachial aus du bist schon ein bärsacker natürlich könnte sich meine achsel rasieren aber sonst du bist es schon besser ja kennst mich und rasiert und ferne heimat immer ach es doch achselhaar haben ist besser brauchen auch hier wieder thema haben wir es besser brauchen ihr könnt ja mal unter die kommentare schreiben und herren wat wat ist doch besser haben als brauchen ja alles ist doch mal das ist doch mal gut außer bier also bier ist klar hier als antwort zählt schon irgendwie kreativ witzige sachen hatte ich gerne gehört okay und ich weiß dass ich dabei bei unserem publikum ist ja nicht nur meins ich weiß denn es ist hauptsächlich deins nee es ist schon unser ihr seid toll ich wollte es ja jetzt auch loben wollte sagen dass ich da an der richtigen stelle bin ist das thema kreativität ist ja wohl stellenweise off topic jetzt mal hier herzlichen dank nochmal für alle kommentare die hier so zwischendurch reingeschmissen werden ja aktuell lief ein bisschen wenig bei mir auf dem kanal gerade irgendwie letzte woche ich hatte eine fiese zahn op die hat mir einen halben mund gekostet die war wie heißt das lakose genommen also man hat so eine dämmerschlaf lakose ich ein bisschen geld bezahlt für war das beste entscheidung meines lebens ja gut okay und dann bevor du dich darum wieder darum quälst sind eine wurzelspitzen resektion übrigens weiter und dann nur das jetzt mal weiter und genau mit diesem wort verabschiede mich aus dieser folge herzlichen dank dass ihr zugeschaut habt kommt hat die fallen und mario ja so noch irgendwie wir haben jetzt wurzelspitzen ja nein ich will ja nur ist alle noch tschüss sagen willst du was sagen willst tschüss bis zum nächsten mal hat mich gefreut ich hasse dich